Mama, wie schön du bist, wie wunderschön du bist, deiner Königin bleibt. Wie schön du selber bist, wie wunderschön du bist, nach dieser Vorstellung heut, nach wie in deinem Gehzeit vollständig war. Vater, Mutter, verabschiedet mich. Vater, schau aus. Allerdings, so wunderschön wie beim nächsten Mal, dass ich eine Gehalte und die Tür kam. Du ziehst dich an, Frau. Du bist draußen, wir wirst schon hier in der runden Natur, der mir immer eine rote Brüse hat. Du achtest da, es wäre nicht nett, wenn du kurz nah draußen gehst. Aber da sind wir doch gleich, das wollen wir doch nicht verpassen. Vater, komm uns noch drauf, ihr Schatz, aber hol dich gleich dort an. Ihr könnt beide gehen zu der Bühne. Schon seit längerer Zeit gibt es zu viel Streit und ich hab mich auch scheußlich gelungen. Ach ja, nur verlangt, hab dir nichts gelangt. Unsere Liebe ist was nicht bekommen. Ich hab kein Recht, das male ich, aber du bitte ein Stück. Wenn du mich liebst, du liebst dich. Ich, sing nicht das Fiebenschatz, glaub mir, du weißt damit, was da geschieht, Schatz. Ich hab mich verpflichtet, das wär doch nicht richtig. Er ist ein Teufel, der uns zwei seine Erdbeutin schafft. Lass mich grad vollendet, Gott, ja, es ist wichtig. Das, was dir wichtig ist in deinem Leben, was du so langfangst, ich will es dir geben. Ich schwöre, dass ich dich nie mehr betriebe, dass uns hilflich verunserliebe. Lass uns bitte gehen. Okay, uns nehmen uns da. Es braucht den infizierten Esspirbeln, die Stöhne, wenn du nicht bist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020